ja alles willkommen zurück zu der reichnung im ex-alp so er wird uns heute mal zeigen wie die farbaufnahme geht und bei der fb hat mir jetzt geschenkt geschenkt 8 war das 2 11 bei der 28 Stunden so war immer und was ich hab zwei sechs Eisen passt obwohl ich die nicht war mitnehmen wollte weil ich nur auf die kann ich die erste Art gegen den Holz tauschen jetzt die wie vieles willst du Prozent so viel möglich ich sag mal ich gibt zehn dias von Steckholz okay Fischer Otto derzeit kann ich jetzt noch keine Dias ja gut dann warte der will ich aber auch wieder so habe ich genügend okay warte manchmal ganz kurz noch nicht losgehen warte ich will nur einen Farmer angucken okay so so unten so manchmal ganz kurz in der Rest bei Eisenrüstung wieder 9 alle Schallplatten die du immer gefunden hast ja er hat so viel davon gefunden nicht in Rüstung um das Haus raus jetzt kommt nicht da rein das kommt da rein die Kau das kommt auch da rein so Schwarzblüfer Knochen Prozent abtisch da rein Prozent weil er sich mehr von 8 Prozent also auch wir können los der Moment Bergsteigermusik ja das Problem ist sich die Musik jetzt mir geleitet hat egal wo gehen wir ein einfach erst mal erst mal weg ich habe mit der Rest ja ja okay einfach jetzt mal hier weil wenn du willst können wir hier gehen wo ich eben drüber nee wir gehen einfach mal X um und wollen höre ich irgendwo sagen wir mal X 0 X 0 und Z zu bleiben ja Kno du sagst jetzt wirklich so viel Dias finden kann dadurch ich sag dass du in 20 Minuten ohne dass dahin meinen um also dass dahin graben 20 Minuten ungefähr drei Stecks was ja ich hab doch in fünf Minuten schon 45 gefunden es war nur fünf Minuten ja so ungefähr weiß ich nicht genau wie ich bin hinter dir du bist doch einfach mal dann geht jetzt jetzt läuft es auch vielfüßiger weil bei drei Slots leckt es aber minimal bei vier Slots äh hört mich keiner mehr ich finde es leckt ganz wenig also auch deine Stimme hat nur so die ganz bisschen ja das stimmt aber bei vier bei vier äh spielen geht es gar nicht weil bei vier Spiel ich in den Spielern bei vier Spielern waren alle vier drauf ne keiner konnte was machen aber äh das ist doch was anderes Tata und das war doch gut jetzt geschafft von hier runter ja wurde wo ist was bis hier kann man her das ist auch im Schneebium kann man immer so sehen wenn so eine Form ist dann hier runtergraben dann sollte man eigentlich nicht mehr hier diese Schneeform das ist wegen dem Baum dann sollte man eigentlich auf Wasserstoßen hier unten also einfach runterkriegen Baum von der Verstoßen übrigens weiß aber dass man sich normalerweise nicht immer als er und Quartel von der was soll das darf ich das nicht doch kann darfst aber das sollte man nicht machen weil sonst laberfeld ja ich mache man die Taktik einfach hier und dann von der anderen Seite also halt dass ich keinen freien Fall hat ok jetzt was auch weil ich habe verknüpft weil ich habe noch vier verknüpft weil ich okay okay das ist die ist hier ja dies ich brauche jemanden Höhe kann es gar nicht geben das heißt aber Kies immer Richtung Osten und dann so warte wir können mal ab hier schon mal hier Stufen runtergraben auf Diamant Höhe also ich ich wette wir kriegen Diamanten jetzt gleich wie ein Kies ja wie ein Kies hast du eine Schaufel? ja ich habe eine Schaufel warte wie weit? dann wir auch noch runtergraben warte wie weit geht der Kies runter? bis hier okay dann mach mal ja hier so und dann äh kreisförmig so wie? ja hier und dann unter Kies ist eigentlich fast immer Diamanten ein bisschen hier graben hier hier ist schon mal Gold wir sind aber jetzt sind wir auf Diamanten Höhe LOL Diamanten ja? Alter what the fuck? ähm wie sah die Ader aus? äh hier war einer und vier unten okay grab dich hier nach vorne hier nach vorne graben und einen nach links und dann weiter nach vorne graben und hier müssen gleich auch Diamanten kommen Alter lol what the fuck woher weißt du das? Erfahrung also Erfahrung die ich einfach hier so das sind jetzt keine Regeln aber die habe ich einfach mal so irgendwie gefunden lol Alter ohne Witz wir haben jetzt in wie vielen Minuten das waren jetzt irgendwie fünf Minuten haben wir jetzt zwölf Diamanten gefunden ja wir finden gleich noch mehr kann ich ja sagen Alter wie geil ist das denn mal ohne Witz wie geil ist das denn? oh Lea weiß das nicht der nächsten Aufnahme vor Lea das hier sieht ah ne Lea sieht das übermorgen scheiße morgen müssen wir aufnehmen damit ich das anwenden kann Alter wie geil ist das denn? ok jetzt mach doch was mit mann äh ja bisschen weil ich weiß dass ähm hier wenn das ist dann ist Richtung äh Westen ist hier gleich irgendwo ein Spawner deswegen ist Strip man jetzt hörst du das? hör mal woher weißt du das hier jetzt ein Spawner sei ist äh weil da zwei Dia Ohr nebeneinander sind dann einfach in der West graben und dann ist dann Spawner siehst du hier ist der Spawner what the fuck Alter das kann überhaupt nicht sein guck mal das geht nicht das geht nicht so viel Geld kann man nicht haben Alter wie übertrieben ist das denn mal ohne Witz das ist kein Geld in den Daumen hoch nur dafür darf ich den Spawner kaputt machen? ja mach es wird sowieso kein Gebener in den Daumen hochgedacht Alter wie krass ist das denn? ohne Witz warte wie weit geht der Wasser? hier zum Beispiel das ist voll oft so dass äh was auf Obsidian trifft ne? dann hier beim Wasserfall einen Block daneben reingraben ach immer weg bitte kann man nicht stehen hey das wollte ich nicht ja okay einfach hier jetzt reingraben okay ich glaube hier ist doch nichts oder? vielleicht rechts vom Wasserfall? ne 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 komm mal noch mal rein warte ach hier ist ach so ja ich weiß schon ja hier entspringt er er entspringt er er entspringt er also er kommt hierher auf den Boden also muss man diese Fläche hier weg graben ja was? das kann überhaupt nicht sein alter gibt's gibt's solche komischen Regeln alter ist eigentlich nicht die stehen nirgendwo ja warte 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 nur mal kurz in der Textdatei und schreibe was auf warte 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 bitte ehrlich mal warte warte da kommst da ist ne brennende Fledermaus da ist ne brennende Fledermaus da ist ne brennende Fledermaus ja die fliegen da und da rein äh dia farmen so was hat man bisher also einmal äh Kies äh nach unten graben ne Kies äh östlich graben komm mal nach Osten so dann äh Wasserfall äh Komma ob sie sie ja Komma äh dahin graben wo er hinkommt Komma an die Wand oder gab es da auch eine Richtung links okay an die Wand Komma links daneben in die Wand vor der ist Andy in die Wand nicht in die Wand hatten wir noch mehr bisher nicht ne ne aber hier ist noch was also da wette ich jetzt auch dass hier Diamanten sind warte 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 ich möchte schon sehen die Wand hier ist wieder Kies jeder denkt Kies ist total unnütz aber Kies ist einfach richtig der um Andeutung für Diamanten dann hier dieses Obsidian fällt das ist richtig oft hier einfach da wo das hin zeigt einfach hier habe ich schon mal die Höhle jetzt eingerissen einfach hier zwei Blöcke graben habe ich schon einfach das hier ausheben einfach das hier jetzt ausheben wie tief ein Block weil das hier oder was den ganzen Berg hier auch das also lo wie hat es jetzt noch mal gefunden bitte warte ich schreib mir das gleich jetzt auf warte 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 ja halt Kies und dann diese Obsidian Stelle dann da rein warte die Jahn ich der dem Prozent feiern in Anführungszeichen folgen so lange bis man das halt geschafft hat warte also so lange bis man an einer Stelle ist auf die Wand trifft aber wie ja ja so lange bis man auf Wand trifft und dann äh dann den Boden einen Block ausheben und halt den Berg ausheben äh zwei Blöcke lang den Berg ausheben und diese äh zwei Blöcke ähm darunter graben oder Skelett das ist ich wünschte ich hätte so einen Bogenskill wie so ein Skelett ein Skelett trifft fast jeden Schuss ja aber nur seit der 1.5 18 Diamanten ohne Witz ne das ist ja bei jeder deiner Taktiken Diamanten gewonnen aber wie hast du das herausgefunden? warte seit wann spielst du im Einkauf? äh zwei drei Monate was jetzt ehrlich ich spiel seit der 1.5 hast du Essen? ja hab ich warte seit der 1.5 ja von äh beta natürlich achso ne ne ich zock nicht erst so kurz ich zock seit der äh 1 3 achso die sind genauso lang wie Lennart ja aber 1.5 ist ja auch nicht viel äh kürzer jetzt irgendwie 2 vielleicht 2 Monate oder so weniger heißt Lava auch was? ja kannst du sehen wo der äh Lava Fluss der kleine Einzelfluss da entspringt ja kann ich sehen darf ich hier Wasserunterschütten? ja klar ja ich sehe das kann mir das merken ja gut der Lavablock ist da hier ja der dürfte eigentlich der müsste eigentlich noch da sein ja der ist da nein das sieht man so ja der ist da so hier ist der kleine Lavablock und hier hinter sind immer Dias siehst du lol Alter warte hat das Minecraft sozusagen eingebaut und du hast so ein paar Regeln herausgefunden äh ich weiß nicht ob die das eingebaut haben oder ob das einfach nur Biomglitches sind ne ich glaub das werden dann eingebaut warte was äh warte äh unter kleinen Quellen unter einer äh also einer ja ein Block ich nehme noch das Lava Gold mit Quellen sind eigentlich im ja Dias Komma ein bisschen graben weil ich habe jetzt schon vier Regeln mit erstens setzt du eigentlich hast du Fackeln dabei? ja klar habe ich Fackeln dabei weil sonst wird das für die Zuschauer setzt die Fackeln ruhig ähm oft weil sonst wird das für die Zuschauer dunkel und das ist dann schreib ich glaube ich schreib die Regeln soll ich die Regeln äh in die Videobeschreibung schreiben für die Zuschauer die sehen das ja ne 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 ich hab's ja in der Texte Datei geschrieben das wissen wir nicht ja gut die können jetzt mitschreiben aber die Beschreibung ist übersichtlich ja die hören das ja auch wenn du das so schreibst oder ja ja ich weiß aber dann müssen sie mitschreiben sieht auch nicht die Welt aber trotzdem ja wir sind ja jetzt nicht mal mehr auf Diamanten oder hier ist ein Schiefer warte mal ohne Witz ne wir haben jetzt schon 22 Diamanten gefunden